Nukowatschef und Otto Holgeretik Das traue ich mich gar nicht mehr, jetzt so johle, weil du das Publikum nicht betriert hast verstehst du? Hallo Otto, hallo Stefan, danke Ja, du warst ja bestimmt früher auch großer Otto Fan, also früher, heute auch noch, aber früher Wahrscheinlich hast du früher die ganzen alten Platten gehört, wie wir auch alle Stefan Raab, der lebt noch? Ja, entschuldige Das war wirklich sehr böse, aber ein schönes Opening, wenn wir sagen Alter, das du noch, ich wusste es nicht, aber gut, dass du da bist Wunderbar Ich kann mich noch erinnern, dass ich dich das erste Mal kennengelernt habe Erste dich noch wann? Ja Wo haben wir uns das erste Mal kennengelernt? Das war in einem Rockfestival da draußen im Festival Holstein Genau, und da ist Otto auch aufgetreten Ich bin in der Band aufgetreten worden Genau, genau Und da bin ich einfach in den Wohnwagen reingegangen und habe dir deine eigene Lieder vorgesungen Du kannst alle Texte auswendig machen Genau Und dann hat Otto gesagt, ach das kennst du noch? Und eines der Lieder, das du, glaube ich, aber nie wieder gespielt hast, ist Wast du das warten du saust? Es wird nach seniorita Wackadack 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 Was tut ab, du Sau! Was tut ab, hau ab, du Sau! Was tut ab, hau ab du Sau, Diesgewicht vor Production! Was du darfst, hau ab, du Sau! Was du darfst, hau ab, du Sau! Was du darfst, hau ab, du Sau! Was du darfst, du Sau! Sau! Hast du noch einen Applaus? Ja, ja klar! Cool! Sehr gut! Das war eine Überraschung! Wir können nur den Zwergengang... Nach so vielen Zwergenfilmen können wir auch nicht nur noch den Zwergengang. He Zwerge, He Zwerge, He Zwerge, He Zwerge, He Zwerge, Go, 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 Go! He Zwerge, He Zwerge, He Zwerge, He Zwerge, He Zwerge... Schaff ich das? Das ist sieben Jahre her! Und hier lang? Auf so viel Fläche? Ihr wollt schon abgehen, warum denn? Ich wollt schon raus? Ja! Das ist noch... Das ist die Gäste selber, tschüssi, ich geh da mal! Das ist die neue Zeit! Internet! Nee, du musst schon noch ein bisschen arbeiten jetzt! Das ist eine sehr gute Band, wir haben eine gute Mütze auf, und sie machen auch sehr gute Musik, und ich dachte, wir könnten mal mit dem was zusammenspielen. Ein Zwergensong, wo wir das Publikum einbeziehen. Welches denn? Das Publikum sagt Zwerge und wir sind die Texte, das ist der Go West, dumm, 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 C-Dur. Da, 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 da! Moin, warte, 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 warte! Gib mal einen Akkord C-Dur, kriegst gleich wieder. Zwerge, 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 3, 4! Zwerge, die sind klein und zart. Zwerge, trage einen Bart. Zwerge, sind so dumm wie Stroh. Zwerge, geh zu siebt aufs Klo. Zwerge, sind zu gar nichts Nutz. Zwerge, haben nichts als Schmutz. Zwerge, sehen das andersweil. Zwerge, nur ein Vorurteil. Ein Zwerg, ist größer als man glaubt. Ein Zwerg, das größte Lüge. Ein Zwerg, sieht das, was du nicht siehst. Ein Zwerg, sieht ganz schnell Wittchen süß. Ein Zwerg, will unter Zwergen sein. Ein Zwerg, kommt selten ganz allein. Fühlt sich erst froh zu siebt. Ein Zwerg, das es nur sieben gibt. Ja! Jetzt können wir abgehen. Jetzt können wir abgehen. Jetzt können wir abgehen. Machen wir die Musik dabei? Gehen anstammt. Gehen anstammt. Gehen anstammt. Nein, nein, so ein Geh doch nicht. So ein Geh doch nicht. Das andere Geh. Das ist gut. So, das war Otzo und Burkonon-Chef. Vielen Dank fürs hierherkommen. Achtung, Vorsicht! Das neue iPhone verbiegt sich in der Hosentasche. Ja, da ist selbst der neue 10-Euro-Schein stabiler, ehrlich gesagt. Haben Sie mal ausprobiert? Kennen Sie den neuen 10-Euro-Schein? Hammerhart, den kriegen Sie überhaupt nicht gebogen.